Moin Moin und herzlich willkommen zur Minecraft-WG. Mit dabei die Julia. Hallo. Die Ria. Woho. Und der Rosamund, der Whisky brauen will. Äh, wo ist das? Das ist eine verzauberte Spinne. Ja, die war vorhin auch, wir haben irgendwas in der Nähe, die war vorhin auch schon mal da. Die verzauberte Spinne. Ich gehör die ganze Zeit nen Enderman. Die macht magische Spinnenweben. Enderman? Wenn ich vor gerade so Wenderman war. Wenderman. Der Wenderman. Der Wenderman. Der Wenderman. Der Wenderman. Oh Mann, geh aus meinem Kopf raus. Wieso? Ist doch schön hier. Ne, die lebt noch. Die backt da rum. Ja, ich versuch die grad zu töten. So. Aua. Jetzt ist sie rausgelaufen. Deine ist eine Hexe. Ja, weil ich sie gerade... Ja, kannst du töten gehen. Ich will mal eben dein Mehl machen. Viel Spaß. Aua, ich häng wo fest und es scheiß... Vielleicht überlebst du das ja. Hat doch etwas mehr Leben als ich dachte. Wieso ist sie stark, die Hexe? Äh... Jetzt bist du da auch reingelaufen. In Minecraft Vanilla hat die schon eine gewisse Stärke. Hast du wieder Akko? Und ich glaube die ist hier nicht gerade viel schwächer. Ja, die hat 8000 äh... Weiß ich nicht mehr wie viel Läden. Die hat ein Bett fallen lassen. Wie geil ist das denn? Sie ist tot. Alles klar. Alles klar. Die Spinne hat ein Bett fallen lassen. Und Towerwood... Ich habe Muskeln von ihr und ich bin vergiftet, aber das macht ja nichts. Und ich habe verfallener Staub. Der ist einfach weg. Ja, macht ja nichts. Und ich habe einen werfbaren Potion auf Bleeding. Ist ja Bescheid. Wir haben im Haus irgendwo einen Enderman. Daniel. So. Brother? Ich habe ein verzaubertes Buch mit Holy Shit oder sowas. Da steht einfach nur verzaubertes Buch. Atmung 1. Alles klar. Wann hört denn die Blutung auf? Gott sei Dank. So, was denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hallo? In the whiskey... Was noch mehr? Ja, noch einen. Noch mal 160? Ich weiß nicht, ob ich da so viel von brauche. Okay, kriegst du noch mal 160. Auch kein Problem. Ne, ich weiß nicht wie... Ne, vielleicht kann ich das einfach ins Fass reinpummen. Dann krieg ich da sowieso Whisky raus ohne Ende. Ja. Dann brauche ich wahrscheinlich nur Fass. Ich geh mal ins Alkoholhaus. Ja. Ich lass dir das erstmal hier in die Kiste ein. Ich geh mal zum Wodka. Wodka, Wodka. Haben wir hier noch Wasser mit Leere und... Hast du nicht gesehen? Ab zum Alkohol. Das ist ja alles hier verschlossen. Was haben wir denn hier? Haben wir noch mal das Wasser? Ein Baron mit normalem Wasser? Was ist hier drin? Hier ist gar nichts drin. Hier ist gar nichts drin. Gar nichts ist schon mal gut. Da brauche ich nur einen Eimer. Haben wir noch irgendwo einen Eimer? Ja, in der Küste. So der Whisky auch drin war. Ich hab keinen dabei. Ja, wir haben überall Salzwasser drin, ne? Weil wir... Für was brauchen wir es nochmal? Für Essig, glaube ich, ne? Ja, Moment. Ich bring... Ich bring den einen Eimer. So... Das Vieh macht mich kirre. Ihr braucht Wasser, oder wie? Ja. Normales Wasser, oder? Süßwasser. Ja. Wo ist... Ja. Meine ich ja. Wo bist du? Im... Im... Alkoholhaus. Im Alululhaus. Na? Das ist ne Mauer. In der Brauerei ums Eck. Das ist ne Mauer. Hier, hier ist ein Gang. Hier du. Eumel. Wieso geht das nicht mehr? Ja. Aber der war gut, wie der einmal zurück kam. Ja, Mann, 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 Mann. Meine Bloomerie funktioniert nicht. Wie? Die funktioniert nicht? Ja, keine Ahnung. Kann das nicht mehr anzünden. Mit was soll's denn angezündet werden? Mit einem stinknormalen Feuerzeug... Sticky Gedönsding. Ich brauch mehr Süßwasser. Gibt's hier Süßwasser? Hat beim letzten Mal auch funktioniert, aber jetzt funktioniert's irgendwie nicht. Oh, ich hab zu viel mal ein anderes Spiel gespielt. Ich will mit Shift immer rennen. Scheiße. Ja. Das Süßwasser ist mir zu weit weg. Ich mach das hier vorne. Ich brauch ja... Du brennst fast voll. Was haben wir hier in den Fässern drin? Kalkwasser. Kann er nicht hoch? Achst du da irgendwie auch nen Weg hoch? Hey, hier. Was ist denn hier drin eigentlich? Hey, hier sind Jutefasern drin. 44 Stück. Was macht ihr damit gerade? Die haben wir doch da reingeknallt irgendwie. Glaub, jetzt müsst's gleich. Damit passiert übrigens gar nichts. Die haben wir doch geahntet. Ah, magst du kurz weggehen? Die hattest du das letzte Mal reingeknallt, glaub ich. Gut, damit passiert überhaupt nix. Das war schon mal klar. Ja, Jutefaser ist halt Jutefaser. Das ist du, oder? Achso. Muss voll sein, oder wie? Nö, beim letzten Mal war's aber auch nicht so. Schließen so. Dann warten wir mal sagen. Wodka rauskommt. Wodka, Wodka. Wodka? Wodka. 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 Wodka, Whisky. Wodka, Whisky. Ja, fängt bei uns mit Weh an. Alkohol, mal Bier in der Ruhe. Jetzt hat es funktioniert, okay. Ist er an oder wie? Muss ich unten die Tür zumachen dann? Nee, 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 nee. Nur so stehen bleiben, dass du nichts von der Kohle aufsammelst, dann ist alles gut. Ich bin weit weg genug. Ich könnte einen Steinball bekommen. Nee. Den nehme ich. Den Steinball? Ja, dadurch, dass ich jetzt die Jute in der Antamakolischen Quest abgeben. Ja, okay, das war der Vorteil, ne? Der hat das unten nicht richtig. So, was habe ich denn jetzt noch? Jetzt habe ich hier... Hast du die Schwester als Mülleimerdeckel benutzt? Okay. Whisky, Whisky, Whisky an der Wand. Oh, hier kann ich noch... Zucker, Papier oder Tintenbeutel? Ich nehme Tintenbeutel. Was kann ich hier noch nehmen? Weißkohl, Zuckerrohr, Samen oder Jutesamen. Warum war das nicht? So. Erst mal durchziehen, wenn ich so alles abgeben kann. Das kann ich auch mal abgeben. Guck mal. Oh, Alter. Das und da ist und da ist und da ist und da ist. Ich sag's ja irgendwie. Ah, wir haben den Andert Slayer auch fertig gemacht. Den Untoten... Äh, ja. Hier neben den Whisky-Fass. Das kann doch gut werden. Der Plan. Schlafen und jetzt alle los. Nacht. Nacht. Alter, dieses Modpack. Treibt uns zum Wahnsinn. Er ist aber kein Problem. Manchmal schon. Ich lass es mal noch drin. Seht doch nicht aus wie Whisky. Wieso will er das denn nicht richtig packen? Boah, ich muss jetzt echt den Enderman suchen gehen. So. Ist der vielleicht oben? Oh, wir brauchen nur noch einen Lederhelmel. Dann ist er auch fertig. Der ist hier oben. Dann kill ihn doch. Ich versuch's auch. Boah, der... Was waren das eigentlich noch für eine Taste, mit der man die Sachen zusammenpacken konnte, essenstechnisch? Das vergessen wir auch jedes Mal. Ja. Ähm, ähm. Gute Frage. Hat sich weggeportet, der Arsch. Knepping, alles klar. Knepping. Aus... Haben wir irgendwo Leder? Daraus kann man einen Lederhelm machen. Aber wir brauchen den noch für eine Quest. Haben wir irgendwo Leder? Ähm... Gute Frage. Wenn ich das suchen wollen würde, wo müsst ihr es bei uns finden? Äh... Bei heute. Haut und Stroh. Ah ja, da guck mal, Leder, fertig. Da kann ich einfach einen Lederhelm machen hier. Du gehst einfach rechtsklick drauf, da steht Knepping. Wie macht man das denn Knepping? Was heißt denn das? Wahrscheinlich brauche ich ein Messer dafür. Ja. Ähm, da musst du das Leder noch bearbeiten, weil dann musst du das, äh... Steht es was? Guck mal, ähm... Bearbeiten, da steht Leder. Leder. Leder hab ich. Weil ich hab mal Leder verarbeitet, das musste ich irgendwo noch ausstrecken, also mit dem Messer bearbeiten. Kann man das irgendwo drauflegen? Also brauche ich ein Messer. Kannst du das dann drauflegen? Ich weiß nicht, ich meine, ich hab's irgendwo draufgelegt. Draufgelegt? Wo drauf denn? Ja, nimm mal, guck mal, ob du das auf das Holz legen kannst. Weiß ist nämlich nicht mehr. Nee, oder? Ich glaube, ich brauche ein Messer, oder? Das ist doch... Das sind acht Kohlestücke, ja. Hast du ein Messer? Ey, hast du ein Messer? Hast du ein Messer? Anstatt dass er sich eins macht, ne? Ich weiß das, ich weiß echt noch nicht mehr, wie das geht. Ah, guck mal, haupt mal, im Moment, schon geht's. So, jetzt müssen wir das Rezept nochmal angucken. Äh, eins, zwei, drei, drei, okay. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Ich muss ja auch mal was wissen, wenn ihr auch sonst nichts weiß. Da hab ich den Helm, fertig. Zack. So, können wir jetzt hier das abgeben, das ist ja schön. Oh, da krieg ich ein Kupferschwert, oder ein Kupferstreitkolben, oder ein Kupferhammer, oder eine Kupferaxt. Äh, Schwert. Und ein Herz, ich hab ein Herz, ein Fullheart. Kannst du zu unseren anderen 24 Stück tun, die wir haben. Ja. Wir haben nicht nur eins, wir haben 24. Das ist ganz gut. Das muss so sein. Wenn man mal ein Ersatzteil benötigt, kann man sich das einfach holen. So. Das ist das Ersatzherz. Ja, mach das nicht richtig. Das ist aber schade. Was machen wir noch? Seguiver. Ich brauche einen Kücher. Okay, wie stell ich denn den Kücher her? Kein Problem. Wir machen heute alles. Heute richtig mal Questen hier bei Brother Moon. Ah, das ist auch Lederverarbeitung. Ich muss einfach nur das so machen. Alles klar, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nee, da haben wir noch. Das kriegen wir hin. Kücher können wir easy machen. Boah, jetzt bin ich reingefallen. Ganz tough. Und wieder? Ja, aber es ist nichts drin, dass ich kommen oder Probleme wieder raus. Und Kücher fertig. Tada. Ich kann ihn nur nicht irgendwo in den Inventar nehmen, aber das ist ja wurscht. Oh, Spätsommer. Es geht so langsam in Richtung Winter. Und beunruhigt uns das? Nein. Kein Stück. Oh, ich nehme einen Verwirrungspfeil. Ich habe einen Verwirrungspfeil. Der ist ja geil. Wir haben genug Essen. Geht das, aber das nicht. Ich habe den Kücher aufgerücken. Kann ich den Verwirrungspfeil auch da reinpacken? Hm, nein. Ich tue den Verwirrungspfeil da oben irgendwo in die Ecke. Ich beiße meine Paprika. So, das kriegst du auch fertig. Minotaupunk. Killt total auf 35. Wir müssen 35 Minuten tauchen killen. Äh, mit Leichtigkeit. Ja, ne? Die ist auch gesagt. Scheiße. 35 Minuten tauchen, wo sind denn die Woche? Weil ich habe mich schon an so viel geschlachtet. Ja, und vor allem die Belohnung ist ja wohl ein Witz, oder? Ja, tödlich. Die ist ein Witz. Aber wir müssen die Quests fertig kriegen. Äh, für das Rap and Wolf, was fehlt uns da? Für was? Äh, Seiden, Seidenklamotte und... Ja, sieh, was fehlt? Seidentuch und Leidentuch. So, ich geh jetzt mal nach dem Whisky gucken, und ansonsten geh ich gleich Minutauch und schlachten. Easy peasy. Hier steht immer noch Süßwasser dran, und irgendwie ist da noch nichts fertig. Das gefällt mir so nicht. Und jetzt acht Stücken, schmeiß ich das da rein. Whisky in the Jar Room. Ach, das dauert 72 Stunden, ach du Scheiße, ey. Ja, dann geh ich Minutauch und jagen. Wollen wir denn noch so ein Minutauch und Haus? Weiß ich nicht mehr, ich weiß, was ich hier gesehen habe, aber... Welches haben wir noch nicht kaputt gemacht, das ist die Frage. Okay, wir brauchen tatsächlich ein paar Jute mehr, weil wir müssen noch Rope machen. Haben wir noch Jute? Ja, ich hab 44 Stück. Ja, ich bräuchte, wo hast du die? Äh, ich bin beim gemeinsamen Dungeon gerade. Na, ich komm zurückgeportet. Ich bin ja gerade aus der Ine, dann kann ich direkt wieder zurückkommen. Zack, hallo. Wo bist du denn? Wo bist du? Ich bin im Haus. Ich auch. Ja. Wir sollten uns hier irgendwie Portale bauen oder sowas. Ich hab's gerade reingeschmissen. Das ist richtig verarscht. Siehst du sie? Ja, ja, ich hab sie. Okay. Dann Portale jetzt wieder weg zum gemeinsamen Dungeon. Dass ich weiß, dass da ein Dungeon ist. Gemeinsamer Dungeon, Dungeon, Dungeon. Soll ich dir noch was fürs Haus mitbringen? Bitte? Da muss das bis oben voll sein. Ob ich dir was fürs Haus mitbringen soll, wenn ich schon im gemeinsamen Dungeon reingehe. Was geiles siehst, ja. Äh, ich hab auch eine Quest fertig gemacht. Yay. Welche, die mit dem Tuch oder was? Nee, äh, ähm, eine, ähm, wo ist denn das drin gewesen? Der Sharpshooter, Nummer unter sechs. Guck ich später mal. Ein Kung-Fu-Grip? Was soll denn das bitte sein? Ein Grappling-Hook. Wo können wir noch mal den denn? Jetzt, dass es hier sowas gibt. Da brauche ich zwei Seile und einen Ironing-Gut. So viel. Ironing-Gnut. Alter, das will mich doch verarschen. Ironing-Nute. Ignazirata... 15 Minuten sind rum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Eli. Tschüss. Tschüss.